Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Viele von euch haben sich diese Begrüßung tatsächlich zurückgewünscht. Ich kann es irgendwie verstehen, ich habe sie auch fünf Jahre durchgezogen, also why not? Ein großes Dankeschön übrigens an Everdrop fürs Sponsoren dieses Videos, aber dazu kommen wir später noch. Endlich ist es soweit, der Frühling steht in den Startlöchern. Frühling ist einer meiner absoluten Lieblingsjahreszeiten, ich liebe den Frühling und bevor er dann jetzt wirklich anfängt, habe ich noch einiges zu tun und ich dachte, ich nehme euch einfach bei meinen Vorbereitungen zum Frühling mit. Als erstes geht es jetzt mal in den Baumarkt. Ich brauche nämlich ein paar Sachen, um meinen Gartenfrühlingsfest zu machen und auch meine Hochbeete auf die diesjährige Saison vorzubereiten. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich so richtig, richtig meine Hochbeete verwende und so richtig, richtig Sachen anpflanze. Also ich habe letztes Jahr auch schon eine Saison lang was angepflanzt, aber da war es eher so, dass ich einfach irgendwas angepflanzt habe, um mal was anzupflanzen. Und dieses Jahr gehe ich schon ein bisschen mit einem Wissen rein und mit einer Struktur rein und mal schauen, ob ich dieses Jahr eine fette Ernte zusammenbringe. Ich habe gerade 336 Liter Erde gekauft und auch geschleppt und natürlich komme ich auf solche Ideen immer nur, wenn ich alleine zu Hause bin. Ich habe mir Hochbeeterde, Bio, torffrei hergestellt, in Österreich geholt. Erstmal muss ich meine Hochbeete von den vertrockneten Resten vom Vorjahr befreien. Ich habe im Winter noch probiert Spinat anzusetzen, aber da war ich ein bisschen zu spät dran und deswegen ist er nicht recht groß geworden. Manche Sachen, wie zum Beispiel meine Salate, habe ich letztes Jahr austreiben lassen und dann habe ich auch gesehen, wie die aussehen, wenn sie eine Blüte bekommen. Das sieht man ja auch sehr selten, normalerweise erntet man die ja vorher. Hochbeete sind ja in mehreren Schichten befüllt. Ganz unten ist zum Beispiel eine Holz- und Strauchschicht, also so Äste und dann kommt eine Schicht mit Laub und eine Schicht mit Gräsern, also Rasenschnitt und dann kommt erst die Erde. Und das sackt jedes Jahr ein bisschen mehr ein und deswegen muss man das jedes Jahr wieder mit neuer Erde umbefüllen. Ich habe jetzt dieses Jahr pro Hochbeet 150 Liter frische Erde drauf getan. Das hier sind meine Versuche im Winter Grünkohl und Mangold anzupflanzen. Auch hier war ich leider zu spät dran und deswegen sind es nur Babypflänzchen geworden. Aber die haben den Winter überstanden und ich ernte das jetzt noch. Ich werde mir jetzt ein paar Pflanzen fürs Hochbeet schon mal herinnen in der Wohnung vorziehen und ich habe solche Anzuchtteile da. Man kann das auch in so Eierschalen, Becher machen oder was man halt gerade zu Hause hat. Dann habe ich Anzuchterde und verschiedenes Saatgut. Ich habe noch ein bisschen Saatgut vom letzten Jahr und dann habe ich mir das Saatgut für dieses Jahr bestellt. Ich habe mein Saatgut für dieses Jahr von Achenoa bestellt. Das ist also alles erstklassiges Bio-Saatgut. Und da werde ich jetzt mal schauen, was davon ich jetzt schon vorziehen soll und was später direkt in die Erde gepflanzt wird draußen. Ich habe für dieses Jahr so einiges geplant, das zu setzen. Und zwar habe ich hier Kräuter, Schnittlauch, Schnittknoblauch, Rosmarin und Petersilie. Dann habe ich Salat, also Rucola. Dann habe ich Radieschen, Gurke, Mangold, Karotte, Zucchini, Tomate. Und aus dem letzten Jahr habe ich noch Buschbohne, Spinat und Grünkohl und Feldsalat. Wir haben auch in der Stadt einen Bauernstand, der fertiggezogene Stecklinge anbietet zum Kaufen und da werde ich wahrscheinlich dann den ganzen Salat und so einkaufen gehen. Aber jetzt werde ich mal das vorziehen, was vorzuziehen ist. Und jetzt werde ich noch mal das vorziehen, was vorzuziehen ist. Es ist ein neuer Morgen und ich habe mir heute ganz schön was vorgenommen. Und zwar werde ich heute einen Frühjahrsputz machen. Ich werde die ganze Wohnung durchputzen, also alle Oberflächen putzen, alles aus den Schränken nehmen und rausputzen, alle Textilien waschen, Fenster putzen und einfach mal alles durchreinigen, um den Frühling willkommen zu heißen. Was Putzwasch und Reinigungsmittel angeht, ist das ja so eine Sache. Mittlerweile wissen wir alle, dass Plastikmüll, also in den Mengen, in denen wir den erzeugen, eine riesige Katastrophe für die Umwelt darstellt. Mittlerweile landet ungefähr eine LKW-Ladung Plastikmüll pro Minute in unseren Ozeanen. Und wenn wir uns jetzt handelsübliche Putz- und Reinigungsmittel anschauen, dann sind die meist in Einweg-Plastikflaschen verpackt. Und dann auch noch mit Wasser gestreckt, also das sind halt Flüssigwaschmittel, die dann beim Transport auch jede Menge Energie brauchen, weil sie schwer sind. Und auch wenn wir uns Geschirrspül-Tabs oder ähnliches anschauen, ist alles meistens einzeln in Kunststoff verpackt. Und ich möchte euch heute eine tolle Lösung für dieses Problem vorstellen und die kommt von Everdrop. Bei Everdrop gibt es nämlich Putz- und Waschmittel, bei dem auf alles geachtet wird, was mir wichtig ist. Die Sachen sind nachhaltig, vegan, minimalistisch und wunderschön designt und günstig. Ich verwende die Produkte aus dem Weltretter-Set. Das sind zum einen das Vollwaschmittel und das Kolorwaschmittel. Diese sind, also das ist Pulver, das einfach in CO2-neutral produziertem Papier verpackt ist. Das kann man entweder kompostieren oder im Altpapier entsorgen. Genau, und das ist auch auf die Wasserhärte vom jeweiligen Wohnort angepasst. Das ist so arg. Also wir haben hier sehr, sehr hartes, kalkiges Wasser und auf das ist es einfach angepasst. Dann habe ich noch die Spülmaschinen-Tabs. Die sind genauso verpackt wie auch die Waschmittel. Und was vor allem cool ist, ist, dass die nicht einzeln verpackt sind. Also die sind dann nackt in diesem Karton drinnen. Und außerdem sind die auch biologisch abbaubar. Und wofür Everdrop wahrscheinlich eh schon viele von euch kennen, sind die Putzmittel. Und zwar habe ich hier Glasputzmittel, Küchenputzmittel und Badputzmittel. Das Besondere an den Putzmitteln ist, dass die in Tabs kommen und ihr eine Glasflasche pro Reinigungsmittel dazu bekommt. Da gebt ihr das Tab einfach rein, füllt das mit Wasser auf und dann löst sich das Tab auf und dann habt ihr das Reinigungsmittel. Das spart einiges an Energie beim Transport und natürlich auch Einwegverpackung. Dazu kommt auch noch, dass ein so ein Tab nur 1 Euro kostet. Das heißt, ihr habt dann eine Flasche Putzmittel für 1 Euro. Die Produkte gibt es natürlich nicht nur im Set, sondern auch einzeln zu kaufen. Ich sehe mittlerweile echt keinen Grund mehr, warum man sich nicht endlich von handelsüblichen Putzmitteln verabschieden sollte. Falls ihr gerne was bei Everdrop bestellen möchtet, ich verlinke euch den Shop unten in der Infobox. Und ihr könnt gerne den Code Jana im Großbuchstaben verwenden. Da spart ihr euch 10% auf alles im Shop, also auf Einzelprodukte, auf Sets und sogar auch auf Abos. Und ich lege jetzt los und putze endlich. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe ja aktuell noch ein ganz anderes Projekt und zwar soll ich für meine Ausbildung zur Kräuterpädagogin ein Herbarium erstellen. Also Kräuter in der Natur sammeln, die bestimmen, pressen und dann in ein Herbarium einsammeln und beschreiben und alles. Und ich habe dafür im Herbarium einsammeln und ich habe dafür im Herbarium einsammeln und kaputt gegangen, weil ich die Löcher zu weit am Rand gemacht habe. Ich hab's noch nieOST wenn ich hier noch die Gerüst ist, wenn ich die Brühe eraltaisiere SQL-Fουνätige. Bis zum nächsten Mal. Und ich habe schon übergcą, dazu 전분 appartern Platten und climbsen und betten Fotos in der shaped die Kirche über eine Vorbereitung. Dann auch noch je nachdem. so sieht die fertige pflanzenpresse jetzt aus und jetzt kann ich loslegen pflanzen zu sammeln und die zu trocknen und zu pressen ich habe jetzt tatsächlich auch gerade noch angefangen mein herbarium zu gestalten ich habe da so eine ganz schlichte mappe dafür und in dieser form gestalte ich das dann also ich klebe immer die gepresste pflanze ein und beschrifte das wo ich das gefunden habe wie die heißt auch der lateinische name zu welcher familie das gehört und zum beispiel hier den echten wurmpfand den habe ich auch mit wasserfarben gemalt und hier habe ich dann noch die schafgabe ja und so fühle ich das dann aus und zur abgabe brauche ich dann glaube ich 40 pflanzen oder so dieses jahr ist es ja schon recht früh warm draußen und der frühling zeigt sich schon recht deutlich es ist auch das erste jahr an dem ich mich intensiv mit wildkräutern beschäftige und da ich ja auch gerade mein herbarium mache entdecke ich sehr viele frühlingsboten pflanzen die ich euch jetzt sehr gerne zeigen will also die pflanzen die ich euch jetzt zeige sind typische anzeichen dafür dass der frühling kommt also kommt mal mit nach draußen märz ist auch die zeit wo der bärlauch wächst wir haben hier nämlich wälder die voll mit bärlauch sind bald ist ja alles grün sieht dann aus wie eine riesengroße bärlauch wiese wenn ihr aber bärlauch pflücken geht und das dann verarbeitet ihr müsst ihr dann aus wie eine riesengroße bärlauchwiese wollt zum Essen, dann seid vorsichtig, da gibt es nämlich Verwechslungsgefahr mit Giftpflanzen, also informiert euch vorher gut, wenn ihr das machen wollt. Was sicher jeder von euch kennt, ist das kleine Schneeglöckchen. Wenn das da ist, könnt ihr sicher sein, dass der Frühling kommt. Dieses wunderschöne gelbe Hahnenfußgewächs ist der Winterling. Den habe ich dieses Jahr zum ersten Mal entdeckt. Ist mir vorher nie aufgefallen. Auch wunderschöne Farben hat der Frühlingskrokus. Wusstet ihr, dass das Gänseblümchen essbar ist? Also wenn ihr das an einer sicheren Stelle sammelt, dann könnt ihr das zum Beispiel im Salat reinmixen. Auch der persische Ehrenpreis ist essbar. Den habe ich zum Beispiel sogar im Garten. An Haselnusssträuchern sieht man momentan überall die sogenannten Haselkätzchen. Das hier ist jetzt ein männlicher Blütenstand. Unter dem Namen Palmkätzchen kennt ihr auch bestimmt die Weidenkätzchen der Saalweide. Die schneiden wir sehr gerne für Ostersträucher ab. Bedenkt aber bitte, dass sie unter anderem das erste Futter für Insekten und Bienen sind. Viele Berge hier in meiner Region sind gerade bedeckt mit Schneerosen. Die stängellose Schlüsselblume wächst bei meinen Eltern gerade überall im Garten. Dann auch noch sehr typisch für den Frühling ist der Huflattich. Den habe ich auch dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Dann seht ihr hier noch einige Frühlingsknotenblumen. Im Volksmund werden die auch Märzenbecher genannt. Und auch wunderschön ist das Leberblümchen. Ich war gerade am Bauernmarkt und ich habe bekommen Feldsalat, fünf Kilo Kartoffeln, verschiedenste Kräuter, Lauch, Birnen und Äpfel, Rosenkohl, Zwiebel, Karotten und Kohlrabi. Wenn ihr mal nur riechen könntet, wie das duftet. Das ist Basilikum übrigens. Ich bin mehr als nur gespannt. Ich habe Ende Dezember letzten Jahres zum ersten Mal versucht etwas zu fermentieren. Und zwar habe ich Rotkraut gemacht. Also ich habe Rotkraut ganz klein geschnitten, habe das Salz abgewogen, je nachdem wie viel ich brauche für das, und habe das dann ausgedrückt, reingestampft und jetzt habe ich das stehen lassen. Bis jetzt. Und halt immer wieder den Druck rausgelassen. Ich bin so gespannt, ob das was geworden ist. Irgendwie habe ich Angst. Ich werde das jetzt das erste Mal seit Anfang Januar öffnen. Riecht gut. Ja, I don't know. Schmeckt nach Sauerkraut halt. Früchtest du dich eh nicht. Spaß. Sauer? Ja, stand auch ziemlich lang. Aber es ist eh gut. Findest du gut? Nicht gut. Ich finde es sehr sauer. Aber ist was geworden auf jeden Fall. Bei uns gibt es heute zum Mittag ein Saisonsalat. Und zwar haben wir hier Feldsalat und das selbstgemachte Rotkraut von mir. Verschiedene Kräuter vom Biomarkt. Und Lorenz prägt hier gerade noch Rosenkohl an, eine Zwiebel und ein Räuchertuch und das kommt dann hier rein. Als Dressing werde ich da wahrscheinlich noch ein bisschen Kübisgernöl rein tun oder so. Super lecker. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Danke nochmal an Everdrop für sponsern dieses Videos. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.